Wenn Tumoren, die nicht primär in der Lunge entstanden sind, Metastasen machen in der Lunge, dann handelt es sich um Absiedelungen des Primärtumors eines anderen Organs. Das ist nicht gleichbedeutend mit Lungenkrebs, sondern es ist ein Krebsbefall der Lunge durch einen anderen Krebs. Und es macht für uns einen großen Unterschied. Das bringt manchmal den Pathologen vor Herausforderungen, der ganz genau sagen soll, woher stammt jetzt beispielsweise dieses Gewebe, das wir aus der Lunge gewonnen haben. Aber es ist auch für uns für die Therapie entscheidender, wo die Erkrankung herkommt, als die Frage, wo setzt die Erkrankung überall Metastasen. Das ist nicht gleichbedeutend mit Lungenkrebs, sondern es ist ein Krebsbefall der Lunge.